Sie können sich vorstellen, dass ich mich wahnsinnig darüber freue, dass Baden-Württemberg und insbesondere die Region Stuttgart im Weltmaßstab ganz weit vorne mit liegen. Etwas, worauf die Stadt und die Region in besonderer Weise stolz sein kann, wie auch darauf, dass die Region Stuttgart wohl mit die größte Exportregion Europas ist.